Urdhva-Tarasana ist der aufgerichtete Stern. Tara heißt Stern und Urdhva heißt oben oder auch nach oben. Du sitzt auf dem Gesäß, du gibst die Füße zusammen und gibst dann die Füße zur Stirn hin. Und so ergibt sich wie ein Stern, vierzackiger Stern, die Zehen, die Knie und das Becken zusammen. Und es gibt wie noch ein weiteres funkelndes Stern, fast es wie ein Komet, weil die Ellbogen auch zur Seite sind. Aber Urdhva-Tarasana, der nach oben ausgerichtete Stern.